Ja Leute, nach diesem ganzen Stress aus der letzten Folge kann ich heute wieder mit gutem Gewissen sagen, herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Super Mario Sunshine Arcades 2. Ja, was beim letzten Mal passiert ist. Ich lasse es einfach so stehen. Schaut es euch selbst an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber um es kurz zu fassen, ich bin ein bisschen ausgetickt. Und das resultierte dann in einer zwölfminütigen Folge, die komplett gecuttet war, weil die Rotdatei-Aufnahme 47 Minuten lang war. Egal. Wir machen weiter hier im Spiel und es geht mit einer, wenn ich hier schon lese, Piantissimo, dann heißt das wohl Palmaton. I am, wie soll ich das nennen? Palmaton der Zweite. Yes, the real deal, not that imposter. I see you have been making waves around here and now I challenge you for a race to that flag. Der Kerl ist aber nicht Palmaton, zumindest sieht er kein bisschen so aus. I will take this lane and you can take the lane over there. Are you at ready? Then get set and go. Hä? Ach so, ich verstehe schon, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Okay, ein Wettlauf. Er nimmt eine einfache Strecke, während ich das hier machen muss. Alles klar. Und ich muss schneller sein als er. Warte, das sollte ich hinkriegen. Waaaah. Schnell. Alter, wenn der nur eine gerade Strecke laufen muss, das ist ja mega easy für ihn. Ja, da unten ist er. Aber das sollte ich hinkriegen. Nein, ich bin dumm. Warum springt der Kerl schief? Was soll das? Das wäre ein First Try gewesen. Ich sag's euch, ich war gar nicht mehr so schlecht. Aber jetzt, wo ich's weiß natürlich, was er will, hab ich's natürlich ein bisschen einfacher. Sprich, die vier Sekunden am Anfang, die kann ich jetzt auch gut machen. Oh Mann, jetzt muss ich mir das Teil hier wieder durchlesen. Mann, nervt mich doch nicht. Ich sag's an der Stelle nochmal. Ich würde mir wünschen, dass man das irgendwie überspringen könnte. Weil es reicht, wenn man die Grütze einmal lesen muss. Perfekt. Das war gut, das war gut. Das war richtig gut, was ich gerade gemacht hab. Ne, hier muss ich jetzt warten. Nein, nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen. Mario halte ich fest. Perfekt. Das hab ich. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Nice. Ja, Alter, hätte ich mir richtig viel Zeit lassen können. Also der Stress von vorhin, der war ja komplett unnötig. Hold on. Puh, das ist hart werk. Wow, ich hab nie jemanden so schnell gesehen. Hier, du es verdienst. Du es verdienst. Ohne Witz. Die Melonen-Mission vom letzten Mal, die war sowas von scheiß und jetzt kommt sowas Einfaches. Das ist doch ein Joke. Na gut, ich kann immerhin schon mal mit gutem Gewissen sagen, wir haben eine Scheinhäute geholt innerhalb kürzester Zeit. Ach, meine Güte. Ich glaub, zwei Minuten oder so hat das jetzt gedauert. Und es geht offensichtlich so weiter. Schaukeln. Stimmt, die gab's ja auf Gelato Beach auch. Ich hab die blaue Münze gar nicht gesammelt. War da eine blaue Münze irgendwo? Da bin ich mittlerweile schon sowieso verwirrt. Also irgendwo war wieder eine blaue, die ich nicht gesehen hab. Damn it. Gut, aber die ist jetzt relativ easy. Ich denke an das Teil aber auch wirklich nie. Also jeder normale Spieler würde sich jetzt wahrscheinlich da einfach runterstürzen und das den Tod in Kauf nehmen. Ich probier's mal. Ja, okay. Hat geklappt, hat geklappt. Easy, easy. Aber das mit den Schaukeln ist mal zur Aufwechslung eine coole Idee. Vor allem weil die halt so eben diesen Effekt haben von dem Trampolin ein bisschen. Achtung. Ja. Soll's nicht ausgehen. Komm, komm, komm. Nice. Also so gefällt mir das Spiel schon um einiges besser. Nicht kompliziert. Aber auch nicht leicht. Gut, ich sollte vielleicht mit dem warten bis zum Schluss. Nicht, dass wieder irgendwas passiert. Oh Gott, jetzt kommt sowas. Na gut, ich hätte mein Maul halten sollen. Ich weiß eh. Schreib mich bitte nicht an, Leute, wenn ich jetzt fehle. Bitte. Wobei so schwierig ist das jetzt auch nicht. Ja gut, okay. Der letzte Sprung. Der ist vielleicht ein bisschen asozial, oder? Ich seh schon. Da mach ich jetzt ein bisschen mehr Schwung. Und dann muss ich den Sprung irgendwie da hoch schaffen. Das heißt, jetzt und... Geht sich aus. Ich kann mich festhalten, oder? Perfekt. Und da vorne ist schon die Schein. Als ob das eine First-Try-Mission ist. Ich hab meine Schnauze halten sollen. Ich hab meine Schnauze halten sollen. Zurück, zurück, zurück. Okay, 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 okay. Ruhig, 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 ruhig. Kein... Kein Grund, sich zu stressen. Vor allem Wasser hab ich auch noch genug. Blaue Münze haben wir gesammelt. Und dann... Hammer das! Oh mein Gott. Also es war wirklich nur ein Ausnahmefall beim letzten. Und ich war einfach schlecht. Gelaunt allgemein beim letzten Mal. Ja gut, wie dem auch sei. Stimmt, und das war jetzt die 31. Das heißt, das müsste jetzt die letzte Mission auf Gelato Beach sein. Und dann müssten wir die Geschichte eigentlich... Nee. Nee. Och, halt der Maul. Ich hab ne... Ich hab ne... Dingdrüse. Ja, supi, freut mich das. Perfekt. Also mein Dreckweg ist eigentlich... Schmutz. Ich kann mich weder retten noch irgendwas anderes. Das heißt, ich muss jetzt auf genaue Sprünge hoffen. Ja, aber man sieht das auch kaum. Ja, super, wie soll man das denn bitte... Die Kamera ist für sowas nicht gut. Okay, das ging. Geh hoch da. Geh hoch da, Kollege. So. Gut, das ist gar nicht mehr so schwierig. Gut, vielleicht hab ich mich ein bisschen mehr angestellt, als ich dachte. Wobei... Ja, 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 perfekt, perfekt, perfekt. Schnell machen, ich hab ja nicht viel Zeit. Da ist ein bisschen Glück, aber auch gefordert, wie man landet halt. Da unten ist die Blaue, was? Okay, ich hab's. Aber die Blaue, die ist absolut asozial. Wie soll ich die denn holen? Wartet, ich muss hier ein bisschen vorschleichen. So, und jetzt? Ah, damn it. Gut, solange ich Wasser hab, kann ich das probieren. Ein bisschen... Früher muss ich springen. Nice, Habsi. Alter, ich bin heute richtig gut in Form. Tja. Respekt an meiner Seite aus. Hätte ich nicht erwartet, dass das so flüssig läuft heute. Das waren jetzt schon... Warte, ich muss kurz... Waren's jetzt schon zwei oder drei? Warte, die 32 sind. Das sind schon drei gewesen heute. Alter, wie gut sind wir denn bitte heute am Start? Ja, und ich hab's befürchtet. Auf der Liste als nächstes kommt natürlich der Pinner Park. Oder wie er bei uns hieß. Parko Fortuna. Und... Da ist wieder jede Menge asozialer Scheiß versteckt. Was soll das hier sein? Ich hab schon so ein Gefühl. Bounce das eventuell? Ja, tatsächlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ohne Dreckweg auch noch, Alter. Geht's noch schlimmer. Aber eben das Riesenrad ist da hinten. Schaut lustig aus. So. Nicht zu weit, nicht zu weit. Sterben will ich nicht. Was hast du mir zu sagen? If you dive just before you bounce, you will gain a lot of speed. Difen, das heißt B. Warte mal. Also wenn ich trau... Ah, ich glaube, ich weiß schon, wie das meint. Oder? Ah, okay. Stimmt, weil sonst würde ich den Sprung wahrscheinlich nicht schaffen. Weil ich bin dann zu langsam einfach. Also jetzt nach vor. Genau, und dann hab ich Speed. Okay, gut. Der hätte eigentlich ein blöder Hauch drauf kommen können, ehrlich gesagt. Lol, der hat einfach sein Ding runter... Achso, es kommt zurück. Ich dachte gerade, er hätte jetzt forever verloren, das Teil. So, wieder. Nein! Nicht Mario, nicht Mario, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Achtung. Na, easy. Aber die blaue Münze, natürlich ist die wieder so ein Dreck. Alter, schaut euch das an. Hä? Hä? Nein! Alter, jetzt bin ich fast gestorben noch an dem. Warte mal, da brauch ich irgendwie... Ne, mit Speed geht das nicht. Da muss ich höher springen. Knapp! Okay, vielleicht, vielleicht klappt es so. Ich weiß es nicht. Nein, das war nicht dieser... Hä? Das ist aber... Mann, wie soll ich da hoch... Mann, ich brauch da einen Dreck weg. Oder? Nein! Wieder daneben. Der will den Wandsprung nicht. Aber das muss mit Wandsprung gehen. Ohr geht mit Schamfattacke. Ne. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich muss... Ich glaube, mit Dreh geht das. Ja! Ne, nicht schon wieder. Hey, warum will ich da keinen Wandsprung machen? Ich habe vielleicht eine Idee. Warte kurz. Ich spring mal kurz. Nicht die Scheine sammeln. Huh. Vielleicht liegt es daran, weil ich der Wand den Rücken zukehre, dass ich halt jetzt so springen muss. Vielleicht klappt es jetzt. Wartet. Mann, komm. Ich bin so blöd gerade dafür. Ich trau mich aber irgendwie gerade nicht, weil ich habe halt die Angst, dass ich runterfalle sonst. Ne, das war hier nicht geplant. Komm. Na. Ich muss genau, wenn ich lande, den Dreh-Ding machen. Ah, wieder zu spät. Jetzt aber. Ja! Nein! Ich bin dämlich. Landen, landen, landen. Ruhig bleiben. Okay, so geht es. Also ich muss in die Richtung der Wand gucken. Und wenn es geht, nicht auf dem Kerl drauf landen. Ja. Nice. Jetzt habe ich auch verkackt. Okay, passt. Gut. Jetzt nochmal da runter. Bitte nicht dumm sein, bitte nicht dumm sein. Komm, einfach auf der Schein landen. Perfekt. Alter, wir haben heute jetzt schon vier Scheins gesammelt. What's going on, Alter? Ohne Witz war das wirklich beim letzten Mal nur ein Ausrutscher. Ja, nice. Da können wir eigentlich noch eine machen. So lange ist der Part noch gar nicht. Also ich glaube, wir haben jetzt innerhalb von acht oder zehn Minuten, ne, von zehn Minuten, jetzt schon vier Scheins geschafft. Oh, ne. Und ich glaube, das wird auch heute die letzte gewesen sein. Was ist das denn schon wieder? Ist das ein Bosskampf ohne Witz jetzt? Ne, oder? Warte mal, da vorne ist die Schein. Okay, ich wollte gerade sagen, als ob ich gegen den kämpfen muss. Zweiter Bosskampf, ich sage es euch. Ne, ich glaube, da vorne. Ja, da vorne ist die Schein. Okay, da ist nur Ablenkung. Ich verstecke mich kurz mal. Mhm, perfekt. Lol. Wartet. Nein, nicht auf den... Oh! Lass mich in Ruhe. Ich wollte auf das gerade hinaus. Ich habe da gerade die blaue gesehen. Nein, was tue ich? Ich wollte keinen Wandsprung machen. Mario, was war das denn jetzt? Nein, wie dem auch sei, aber trotzdem. Das war jetzt gerade bitter. Sehr, sehr bitter. Okay, ich muss eigentlich nur da durchlatschen und das war's. Okay, das Hindernis verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Oder ist das einfach nur zum Schutz? Ne, kann gar nicht sein. Achso. Ich weiß schon, warum. Wett nicht, ich muss jetzt drüber bouncen. Natürlich. Warum denn auch nicht? Ich meine, wäre auch sonst viel zu einfach, oder? Wäre ja sonst viel zu einfach. So, gut. Das mit deinem Bouncen ist echt easy. Nur der Kerl, der regt mich gerade richtig auf. Hey, wie schnell schießt der denn? Wie schnell schießt der bitte? Sind da Löcher? Ja, sind welche? Okay, ich spring vorsichtig. Violette, Violette. Violette Kacke im Anmarsch. Wobei, der trifft mich nicht. Der trifft mich nicht. Alter, bist du dämlich. Ja, 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 komm, 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 komm. Ja, 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 haha. Als ob, als ob, als ob, als ob, als ob. First try, first try, first try. Nicht first try! Was war das denn jetzt? Als ob mich der noch erwischt. Da war wirklich noch ein Loch. Das ist ein Anwärter für den Fail des Jahres an der Stelle. Silberne Ziege, ich werde es mir notieren. By the way, am Ende des Jahres kommt das Format wieder. Oh Gott. Alter, was war das denn jetzt wieder? Ey, ich hab mich schon so sicher gesehen bei der Shine. Da war der first try drin. Nee, natürlich nicht. Eine typische Markus-Aktion war das wieder. Gut, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass der Typ mit den Raketen gar nicht so schwierig ist. Das einzige Hindernis bin ich selbst. Aber die Raketen, dass die so schnell sind, das irritiert zumindest teilweise. Nee, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Dass der aber auch Bomben schießt, der Kollege. Das finde ich ein bisschen lustig. Ja, das sind Echtlöcher. Muss man aufpassen. Vor allem wenn der Bildschirm so wackelt, das irritiert auch. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Oh mein Gott! Was war das gerade für eine dumme Kacke am Schluss? Jetzt ohne Witz. War wieder nötig, dass ich fehle, oder? War wieder absolut nötig, dass ich das mache. Ja gut, ich würde sagen, bevor noch irgendwas Gröberes passiert, wir haben heute jetzt fünf Shines gesammelt, würde ich sagen, wir beenden die Folge und genießen diesen Skill-Level für den heutigen Tag. Leute, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020